Hey Leute, ich bin hier der PrimarisCross mit einer neuen Runde, beziehungsweise mit der ersten Runde One in the Quiver. Das ist ein Minecraft Spielmodus auf dem mein Black Server, der eigentlich so ähnlich funktioniert wie ein im Lauf. Jeder Spieler hat eben am Anfang einen Schuss mit seinem Bogen, wenn er trifft, trägt er einen neuen, wenn er nicht trifft, muss er einen weiteren Kim mit einer Axt machen. Und das Ganze geht bis zu 20 und es geht schon los, ich habe es gar nicht richtig registriert, weil ich den Gamesound Leister gedreht habe, weil ich sagen muss, dass die Special-Geräusche von One in the Quiver echt ein bisschen creepy sind. So, BWOW! Irgendwie sowas kommt raus, aber den holen wir jetzt erstmal weg. Nein, der hat uns weggeholt, weil er noch einen Bogen hatte, ja natürlich einen krassen Vorteil. Ja, und ich bin auch nicht so ein One in the Quiver-Skiller, ich bin froh, dass ich gerade eben mal einen dritten Platz gemacht habe mit 17 Kills oder so, das war meine beste Runde. Ey, ich habe glaube ich bis jetzt so ungefähr 10 Runden gespielt und wir haben einfach bis jetzt 0 Kills, Leute. Läuft bei uns. Ja, immer noch 0 Kills, da waren Massenauflauf und Menschen, ich kriege keinen Kill hin, aber nein, immer noch nicht. Leute, werden wir es schaffen, heute noch einen Kill zu kriegen. Ich weiß es noch nicht, ich bin auch noch ein bisschen unentschlossen. Wir sind mal wieder gestorben, dahinten ist einer. Kommt, den da. Nein, leider auch nicht. Was ist hier nur los, Leute? Komm, wir mal einen Kill. Ich weiß nicht. So, ähm, sonst channeltechnisch gibt es auch ein bisschen was zu sagen. Ich habe mir jetzt wenigstens mal drei Programme, beziehungsweise drei Testversionen, die haben endlich einen Kill gemacht. Ähm, runtergeladen, um bessere Thumbnails zu erstellen. Eigentlich auch noch, um Videos bearbeiten zu können, aber das Videobearbeitungsprogramm, das ging jetzt hier nicht auf meinem PC, keine Ahnung. Äh, was das lag irgendwas 64x64 mit, kann mein PC anscheinend nicht. Kann sein, der ist ein bisschen älter schon. Ist nicht das Beste, was es gibt. Ähm, joa. Und ansonsten... Stier! Okay. Ähm, ja, möchte ich eben bessere Thumbnails machen für Survivor Games? Habe ich schon welche gemacht? Könnt ihr mal vorbeigucken und mir Feedback hier unten in die Kommentare schreiben oder in ein Survivor Games Video, ist egal. Und ansonsten kommen jetzt natürlich noch welche für MB3, für One in the Cribber werde ich auch noch eins erstellen und so. Also, das mit Thumbnails, das läuft jetzt eigentlich nur, muss ich eben sagen, es ist eine Testversion, ich möchte jetzt auch nicht jedes Programm irgendwie cracken oder so. Was heißt jedes Programm? Ich hab... ähm... Habe ich schon ein Programm gecrackt? Ich weiß es gar nicht, ich bin mir gar nicht so sicher. Ähm... Aber, auf jeden Fall, ähm, hält die Testversion schon für ein paar Tage, für 30 Tage wir es sind, äh, wir in 4K Stream, ich hab wärmlich gelandet, aber wir machen einfach direkt weiter, es kommt jetzt gleich so eine kurze Lobbyphase, dann geht's eigentlich direkt weiter, es geht hier zum Glück nicht so lange. Ähm, ja, eben wie gesagt, neue Thumbnails gibt es jetzt und mit dem Videobearbeitungsprogramm wollte ich eben die schwarzen Ränder, die hier teilweise sind, wegmachen und letztes Video war auch so ein hässliches Piepsen, das habe ich gar nicht richtig bemerkt, muss ich leider sagen. Und ich hoffe einfach, dass es jetzt nicht mehr da ist, weil ansonsten könnte es sein, dass es bald wieder Zeit wird für ein neues Mikrofon, Leute, und darauf habe ich keinen Bock, ehrlich gesagt. Weil es kostet auch 50 Euro jedes Mal, das ist ja das dritte, dritte oder vierte, wo ich mir ankaufe. Naja. So. Wie lange geht's noch? Okay, da oben läuft schon die Zeit, noch 45 Sekunden, okay. Was laden wir noch so lange? Keine Ahnung. Ich hoffe einfach mal, dass wir jetzt noch eine erfolgreiche Route One in the Quiver spielen und zum Spielmodus One in the Quiver. Aber ich meine, die erste Runde, die war jetzt nicht so Gameplay-lastig. Könnt ihr auch mal reinschreiben, ob ihr noch mehr folgen wollt von dem, oder ob ihr sagt, nee, One in the Quiver ist jetzt nicht so unser Fall. Mach mal lieber, oder bleibt dann mal lieber nur bei Survival Games. Ja, Survival Games werden natürlich immer noch weiterkommen, aber es gibt eben so viele extrem krasse Minecraft-Spielmodien. Und hier sollte ich dann nur noch so weitergehen und springen. Ja, Montagsmaler ist richtig geil. Hier One in the Quiver finde ich auch ziemlich gut. Dann gibt's noch Turf Wars, ist auch ziemlich geil, der Modus. Also ich werde immer mal wieder springen, aber ihr müsst wieder keine Sorgen haben, dass ihr jetzt nur noch mit Minecraft zugeschissen werdet. Nein, es kommt immer noch MW3, immer noch Themen-Commentaries. Und vielleicht noch bald ein Road to Commander, aber das werde ich in einem anderen Video nochmal ansprechen, bevor wir jetzt wirklich hier nur ein Thema-Video draus machen, dass wir ein bisschen, ein bisschen Schwarzbrot. So, gehen wir mal hier rein in die Hütte, weil da oben ist einer und wir spielen leider dieselbe Karte, nee, spielen wir gar nicht, das Laber-Star. Wir spielen die Karte, auf der ich Dritter geworden bin. Mal gucken, ob das wieder was wird. Ah, der ist tot. Aber den hat gegen mich, okay, zwei Karte haben wir schon mal. Den leider nicht, aber der müsste bald umkippen. Oh. Scheiße. Ah, okay, wie viele Karte haben wir eigentlich, ich weiß nicht genau. Ich habe gar nicht Zeit, da jetzt hinzugucken. Oh. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Und du jetzt noch. Ah, okay, der war scheiße. Egal, Leute, das war ein richtig krasses Movement von mir, also ich muss sagen, Monod Equipment. Ähm, dafür braucht man auch ein paar Skills, das war so ein richtig mieser Spawn-Trap, aber da würde ich ja nichts angreifen jetzt hier, das habe ich vorher auch gemacht. Von dem her passt das schon. Und der war scheiße, wieso war der zu schwach geschossen jetzt? So, den holen wir uns kurz. Okay. Kurz in den Haus in Deckung gehen. Sehr gut. Ah, hier ist keiner. Doch, da kommt einer. Jawohl. Dener noch. Nein. Ah, jetzt, jetzt kommt schon. Get down. Nein. Wie schon, ich glaube, wir haben mal sieben, okay. Acht. Komm schon. Oh. Was machst du da, Kollege? Ja, manche haben eben, ihr seht es auch so ein Eisenschwert. Ich glaube, das sind dann die Premium-Leute, die kriegen ein Eisenschwert, ja. Oder es ist so ein Berserker-Skill, den kann man sich mit 2000 Gems, Gems ist die Währung, auf dem Server hier kaufen. Kann man aber, glaube ich, auch nicht immer benutzen, ich weiß nicht genau. Keine Ahnung. Werde ich mal gucken, ob das jetzt ein Premium ist oder nicht. Aber, wie gesagt, das geht eben auch in Ordnung, das ist ja auch ein Gomb-Server, so habe ich schon mal angesprochen, dass die Premiums da Vorteile haben. Das muss ja auch so sein. Schon würde ja keiner Premium wollen. Und der, ja, der war wieder ein Vorteil gegen uns. Komm schon. Nein. Das hat gelaggt. Ja, jetzt werde ich hier aber gut umgenatzt. Neun Kills, nur, komm schon, zehn werde ich mir das nicht schaffen. Der Erste hat schon 17. Ja, geiler Scheiß jetzt auf jeden Fall. So, jetzt aber. Nein, wieder nicht. Meine Fresse, von hinten erschossen worden. Ach, Leute. Ich werde nicht einmal zehn Kills hinbekommen. Ich weiß gar nicht, wie lang es in der Runde One in the Quibber geht. Aber eigentlich nicht so lange. Deswegen würde ich sagen, hängen wir einfach noch ein Ründchen hinten dran und hoffen dann, dass ich da mein Bestes geben werde. Und, ja, in die Top 3 könnte man eigentlich schon mal Runde Neunschwunder, Bershaw. Mach's auch mal. Verstehst du? Und die besten 3 könnte man nochmal kommen eigentlich. Auch wenn ich jetzt erst einmal ein Geschäft. Geschäft. Ich gehe in das Geschäft. Und mache ein Geschäft. Da habt ihr gerade die Gems gesehen. Das wollte ich noch mal ansprechen. Hier 638 Gems habe ich. Und hier gibt es eben diesen Jumper. Das ist der ganz normale, äh, ähm, das ganz normale Kit. Ich glaube, ich habe vorher Sking gesagt. Dann gibt es den Brawler. Das ist eben der Berserker, den ich angesprochen habe. Und Enchanter. Ähm, ja, der Brawlers-Idea hat das Eisenstein-Enchanter. Weiß ich nicht, was das für ein spezieller Bogen ist oder so. Vielleicht kann er schneller schießen oder so. Das ist eben dann für die Ultras. So heißen die Premium-Mitglieder hier. So, 3D-Sekunden-Stahl, die neue Runde. Maps. Das hier finde ich übrigens auch richtig geil gemacht. Hier mit der Wolle, die sich so bewegt. Finde ich stark. Map ist Island Village. Ich glaube, die Map, die wir gerade eben gespielt haben, heißt Barbarian Village. Nur, die ich vorher weiß nicht, ob das jetzt eine andere ist oder dieselbe. Die erste Runde. Keine Ahnung. So viele Maps gibt es, glaube ich, nicht von dem Spielmodus. Und. Auf den meinen Black-Servern kann ich euch echt mal empfehlen. Es sind ein paar geile Minispiele drauf. So. Jetzt aber volle Konzentration nochmal aufs Gameplay. Okay. Ähm. Das wäre jetzt richtig fair, wenn das einfach die Map ist, die wir gerade eben gespielt haben. Weil ich habe gesagt, sie heißt Barbarian Village und nicht Island Village oder sowas. Wo geht es denn hier hoch? Ich kapiere gerade gar nichts, Leute. Ich bin hier, glaube ich, komplett falsch. Hier sind gar keine Spieler. Ne, ne. Das ist schon ein bisschen eine andere Map. Okay. Ich spiele, glaube ich, zum ersten Mal auf der Map. Und ich habe meinen Pfeil doch tatsächlich verschossen. Das ist geil. Die ist geil sogar. Ich glaube schon. Stirb. Nein, der stirbt nicht. Er hat einfach keine Lust gehabt spontan. Ah, doch. Ich habe die Map schon mal gespielt. Die ist geil. Oh, mein Gott. Ich habe solche Bogenskills nicht. Oh. Aber gleich beide geholt. Nice. Glaube ich zumindest. Nein, wir haben doch noch einen. Geholt. Haben wir erst einkillt. Bleib still. Ja, wo wirst du hin? Kollege. Nye. Okay. Ja. Beide Fresser. Was ist da los? Ja, der in Eisenstadt. Der wird uns einfach wegnatzen wie nichts anderes. Ja, komm schon. Ne, auch nicht. Wieso auch. Als ob ich mal jemanden treffen sollte. Hier. Ja, der Combo hat mich weg. Ja, das ist ja wieder eine geile Runde auf jeden Fall. Von was wurde ich denn jetzt schon wieder weggeschossen? Mann, ich verstehe das nicht. Entweder lag das so heftig oder ich werde die ganze Zeit von hinten geholt. Geht's dir noch gut, Kollege? So, dann geht's dir nach kurz zur knappen Pfeil, um hier vorbeizuschießen. Ähm. Hier. Komm her. Ne. Ich hab ganz klar getroffen eigentlich. Den müssten wir aber holen. Ja. So, trotz Eisenstadtmann kurz den Kollegen hier geholt. Hier schießen wir wieder einen halben Zentimeter vorbei. Ey, dass man das doch genau treffen muss. Fände ich ein bisschen traurig. Naja. Naja, aber ich bin schon dran. Webstein. Oh mein Gott. Ey. Zehn Kills, die flamiert. Oh, der ist halt sogar schon 18. Vier Kills hat der Kollege. Haben wir auch schon vier Kills? Wir haben drei. Okay, hier. So, den holen wir noch. Nein. Der wäre aber gekommen, hätte ich ein bisschen früher geschossen. Oh, der hat das ein Kill, Leute. Ich bin wenigstens nicht letzter. Jetzt ist es vorbei. Wir haben fünf Kills noch geholt. Ähm, ja. Waren jetzt alles drei nicht so geile Runden, ja. Und ansonsten schreibt ihr mal in die Kommentare. Wie gesagt, One in the Quiver. Ja, oder nein. Ich denke, ich werde es auf jeden Fall nochmal irgendjemand spielen. Oder auch nicht besser gesagt. Ähm. Einfach, weil das Spielmodus Bock macht. Aber, ja. Wenn ihr es eben überhaupt nicht wollt, dann schreibt das auch in die Kommentare. Dann wird es natürlich nicht mehr kommen. Also, haut rein. Bis zum nächsten Mal. Und ciao. Ciao.